Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im April hatte ich ein Video hochgeladen, in dem ich erkläre, warum ich erstmal nicht mehr einkaufen gehe, solange beim Einkaufen die Maskenpflicht besteht. Und in diesem Video habe ich dann auch unsere Vorrede gezeigt. Das war eigentlich so der Hauptteil des Videos. Es gab unter diesem Video viele, viele Kommentare und ich konnte zumindest daraus erkennen, dass die meisten Kommentarschreiber meiner Meinung sind und diese Maskenpflicht wirklich auch hinterfragen, vor allem den gesundheitlichen Nutzen. Wenn man bedenkt, dass Ende Januar noch der Prof. Dr. Drosten, der Virusexperte bei uns in Deutschland, der auch oft in den Medien zu sehen ist, dass der noch gesagt hat, dass die Maske eigentlich überhaupt nichts bringt, frage ich mich, warum wir dann Wochen später hier alle beim Einkaufen und in den öffentlichen Nahverkehr solche Masken tragen müssen. Jetzt hat ja auch wieder hier die Schule begonnen und mir zieht es manchmal so mein Herz zusammen, wenn ich dann auch Kinder auf der Straße mit Maske sehe, obwohl das ja eigentlich gar nicht notwendig ist, obwohl es ja reicht, im öffentlichen oder im freien Raum einfach Abstand zu wahren. Aber es gibt leider auch viele Kinder, die Masken tragen. Und heute waren zum Beispiel meine Jungs im Bioladen, wollten sich ein Eis kaufen nach der Schule. Ich stand draußen, wir hatten ja keine Masken, wir tragen ja dann, wenn, dann nur einen Buff. Und sah meine Jungs da so vermummt an der Kasse stehen, wie sie mir so winken und ich sage, was ist das nur für eine Welt? Soll das jetzt die Normalität sein, dass man sich immer maskieren muss beim Einkaufen? Ich war dann nach zweieinhalb Wochen doch mal einkaufen. Mein Jüngster brauchte Laufschuhe, so sind wir in die Stadt gefahren. Im Laufladen habe ich dann mir einfach den Buff hochgezogen. Wir waren dann noch in einem Bio-Supermarkt und im DM, weil dann dachte ich, wenn ich dann doch mal da bin, dann schaue ich einfach mal, mache meinen Einkauf selber. Wenn wir dann doch mal was brauchen, dann bringt uns das unser lieber Mitbewohner, der Henry mit. Der war heute auch wieder auf dem Wochenmarkt und hat uns frische Gurken mitgebracht. Und wie gesagt, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht mit Maske, maskiert, also mit einem Buff. Wie gesagt, wir haben ja keine Masken und ich muss sagen, das ist nicht so meins. Weil ich weiß, dass die Atmung das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist die Atmung, nicht essen oder trinken. Die meisten unterschätzen, wie wichtig die Atmung ist. Ich habe in meinen Videos immer mal wieder die russische Ärztin Galina Schatalova erwähnt und ihr Buch Wir fressen uns zu Tode. Und darin steht unter anderem auch, dass russische Wissenschaftler schon vor vielen Jahren herausgefunden haben, dass es verschiedene Kanäle geben muss, die uns Energie zuführen. Also die Nahrung ist nicht die einzige Energiequelle, die wir haben. Die Atmung, eine richtig gute Atmung, gehört auch dazu. Und wenn wir jetzt Masken tragen müssen, nicht nur beim Einkaufen, in öffentlichen Gebäuden, im öffentlichen Nahverkehr oder auch eben die Menschen, die im Verkauf arbeiten, die dann diese Masken stundenlang tragen müssen, da wird einfach die freie Atmung behindert. Die Atmung kann nicht mehr fließen. Unser lieber Mitbewohner, der Henry, hat auch ein interessantes Video dazu gemacht, erst mal zu den verschiedenen Energiequellen, die wir haben. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Und ich werde euch auch noch ein Video verlinken, am besten unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar, wo der Henry eine Atemübung vorstellt, mit der man Stress abbauen kann und wieder mehr Energie generieren kann. Ich werde am besten beide Videos unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Wir können fasten und lange Zeit auf Nahrung verzichten, also eben nur flüssige Nahrung zu uns nehmen. Ich habe auch schon zweimal vier Wochen mit Saft gefastet. Wir können auch über einen längeren Zeitraum nur mit Wasser fasten, also mit Menschen mit einer starken Kondition. Dann können wir auch eine bestimmte Zeit auf Essen verzichten. Ich esse seit 2018 nur noch eine Mahlzeit am Tag. Also ich komme eine lange Zeit aus, ohne Nahrung, ohne Säfte, ohne Flüssigkeit. Ich fasse dann manchmal 18 bis 20 Stunden trocken. Aber das Atmen ist so wichtig. Wir müssen regelmäßig atmen. Und ich habe in den letzten Jahren, wo mir das auch bewusst geworden ist, begonnen, wirklich auch tief zu atmen, auf meine Atmung zu achten. Mit so einer Maske, wenn ich so maskiert bin, dann bekommt man das überhaupt nicht. Ich bekomme dann wirklich auch, ich will nicht sagen direkt Atemnot, aber so ein bisschen Beklemmung. Und ich freue mich dann, wenn ich diese Maske runterziehen kann. Wie gesagt, ich war nur einmal einkaufen und in drei verschiedenen Läden. Ach doch, heute war ich in der Bibliothek. In der Bibliothek, die Bibliothek hat bei uns wieder eröffnet und meine Jungs leihen sich einfach gern Hörbücher oder Bücher aus. Und da stand auch da, das ist Zwölfjährige müssen in Bekleidung eines Erwachsenen die Bibliothek. Sonst hätte ich draußen gewartet. Da musste ich dann doch auch wieder sozusagen Maske tragen, also mein Buff. Und ich war dann froh, dass wir nach 15 Minuten draußen waren, dass ich wieder frei atmen konnte. Aber ich will heute mit diesem Video auch gar nicht mehr diese große, also so eine große Diskussion anfachen, was jetzt nur mit der Maske ist oder nicht. Es gibt immer mehr Menschen, die das in Frage stellen. Auch in meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis wird es ganz groß hinterfragt. Und man fragt sich, wann ist wieder ein normales Leben möglich? Ist überhaupt ein Leben wie vor der Krise je wieder möglich? Die Politiker und auch die Medien verkünden ja schon, was die Heillösung sein könnte. Da gibt es ja schon verschiedene Richtungen, wohin es gehen sollte. Die Zukunft wird zeigen, wohin wir uns führen lassen oder ob wir einen anderen Weg einschlagen wollen. Ich möchte euch heute in diesem Video meine drei Säulen vorstellen, worum ich nicht unbedingt einkaufen gehen muss. Seit 15 Jahren bestelle ich bei einem regionalen Biobauern regelmäßig einmal die Woche eine Biokiste. Und bei uns ist immer Freitags-Biokistentag. Und als letzte Woche meine Biokiste geliefert wurde, habe ich einfach mal die Biokiste ausgepackt und stelle euch jetzt hiermit den Inhalt meiner Freitags-Biokiste vor. Freitag ist bei uns Biokistentag. Das sind die Lebensmittel, die ich bestellt habe. Das Tolle an dieser Biokiste ist, ich bekomme keine vorgefertigte Kiste, sondern kann mir für jede Woche individuell die Lebensmittel bestellen, die wir benötigen oder die ich mal wieder ausprobieren möchte. Das ist der Inhalt meiner Biokiste. Gut die Hälfte dieser Lebensmittel kommt aus Deutschland, beziehungsweise hier aus meiner Region und die restlichen Lebensmittel hier auf der rechten Seite, die kommen zum Beispiel aus Italien, Spanien oder Griechenland. Also zum Beispiel die Peperoni sind glaube ich aus Griechenland, dann Blumenkohl und Brokkoli aus Italien, auch glaube ich die Kiwis und die restlichen Lebensmittel aus Spanien. Dann haben wir hier zum Beispiel von meinem Biohof Lebensmittel, zum Beispiel Koriander, Kohlrabi, Zwiebeln, Radieschen, Stangensellerie, Spinat und der Kopfsalat. Das sind alles Lebensmittel, die direkt vom Biohof kommen, die also regional sind. Und aus Deutschland, vor allem Niedersachsen oder Thüringen, kommen zum Beispiel Chicorée, Möhren, Erdbeeren, Kartoffeln und Champignons. Ganz oft kommt die Frage, wie lange kommt ihr denn mit dem Inhalt eurer Biokiste hin? Also das ist ganz unterschiedlich, aber ich würde mal sagen drei bis vier Tage. Ich persönlich esse ja nur noch eine Mahlzeit am Tag, ziehe mir auch Sprossen oder esse Wildpflanzen. Und wenn wir dann doch noch etwas brauchen, dann wird das im Bioladen oder im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt dazu gekauft. Jetzt im Frühjahr-Sommer beginnt ja bei uns wieder der Wochenmarkt beziehungsweise die Vielfalt auf dem Wochenmarkt. Da gibt es auch viele Gemüsesorten regional und dann im Sommer auch die ganzen Beerenfrüchte und Kirschen zum Beispiel. Da kaufen wir dann auch viel ein. Das war jetzt so die erste Säule meiner Lebensmittelversorgung. frische Lebensmittel, entweder aus der Region, aus Deutschland oder aus Europa. Heute habe ich Post aus Spanien bekommen, ein Paket. Ich bestelle seit kurzem direkt beim Erzeuger, bei einem kleinen Familienunternehmen in Spanien, ich glaube in Andalusien. Da bestelle ich Früchte, Gemüsefrüchte, auch oft Stangensellerie. Aber diesmal habe ich nur Früchte und Gemüsefrüchte und ich glaube auch Süßkartoffeln bestellt. Das sind die Lebensmittel, die ich bestellt habe. Süßkartoffel ist doch nicht dabei, dafür der Knoblauch. Die Süßkartoffeln habe ich dann für nächste Woche bestellt, da habe ich was verwechselt. Ich habe bestellt diese Mispeln, Zitronen, wilde Flachpfürsige, Aprikosen, kleine Tomaten, spanische Bananen und lila Knoblauch. Wenn ich direkt beim Erzeuger bestelle, dann gibt es so eine Art frische Garantie. Diese Lebensmittel, die ihr hier seht, die werden donnerstags geerntet, freitags verschickt und Dienstag oder Mittwoch sind sie bei mir. Wenn ich solche Früchte zum Beispiel im Supermarkt kaufe oder auch im Biomarkt, dann weiß ich nicht, wann sie geerntet wurden. Sind sie vielleicht zu früh geerntet? Wurden sie noch gekühlt zwischendurch? Wenn ich direkt beim Erzeuger bestelle, kann ich sicher gehen, dass ich relativ reife Früchte bekomme, die auch noch eine gewisse frische Qualität haben. Deswegen bestelle ich auch gern regionale Lebensmittel, wie zum Beispiel regionales Gemüse, Beeren oder Früchte dann auch bei meiner Bio-Kiste. Meine zweite Säule der Lebensmittelversorgung stellen Sprossen und Grünkraut dar. Sprossen und Grünkraut ziehe ich mir jetzt schon seit fast 20 Jahren und es ist eine geniale Bereicherung meines Speiseplans. Frische Lebensmittel, ob aus der Bio-Kiste, aus dem Supermarkt oder dem Biomarkt, können sehr gut mit selbstgezogenen Sprossen ergänzt werden. Seit vielen Jahren ziehe ich leidenschaftlich gern Sprossen in meiner Küche. Und zum Thema Sprossenzucht und auch Grünkrautzucht gibt es schon einige Videos hier auf diesem Kanal. Ich möchte euch in diesem Video einen ganz kurzen kleinen Überblick geben, welche Sprossen gerade bei mir in der Küche gedeihen und sprießen dürfen. Hier in dem Kresseigel sprießt die Kresse. Dann haben wir hier Rotkleesprossen. In dem großen Glas befinden sich Alfalfasprossen. Hier ein wunderbares scharfes Grünkraut. Das ist Radieschengrünkraut. Dann haben wir hier noch in den Sprossengläsern verschiedene Sprossen. Das sind Hülsenfrüchte. Ganz rechts die Süßlupine. In der Mitte Mungbohnsprossen. Dann haben wir hier links grüne Linsensprossen. Das sind braune Linsen. Dann haben wir hier Brokkolisprossen. Die können noch ein bisschen sprießen. Die bilden dann kleine Blättchen aus. Ein bisschen kann man es schon sehen. Und diese gelben Blättchen bilden dann Chlorophyll bzw. lagen Chlorophyll ein und werden grün. Und hier links seht ihr Boxhornkleesprossen. Die dritte Säule meiner Lebensmittelversorgung stellen die Wildpflanzen dar. Ich habe kürzlich erst ein Video veröffentlicht, in dem ich essbare Baumblätter im Frühjahr vorstelle. Also ihr könnt gerade jetzt auch im Frühjahr kostenlos in der Natur Baumblätter sammeln. Ich liebe die Linde, den Weißdorn, aber auch Spitzaren, Eiche, junge Triebe von Tanne, Kiefer, Fichte, Lerche sind essbar. Dann haben wir den reichen Schatz auf der Wiese oder am Boden eben die ganzen Wildkräuter. Brennnessel, Giersch, Vogelmiere, Löwenzahn, Gundermann, Taubnessel. Also wer sich ein bisschen auskennt und in der Natur unterwegs ist, der weiß, was für ein Reichtum da draußen wächst. Und diese Wildpflanzen versorgen uns wie auch die Sprossen mit hochwertigen Mineralien und Vitaminen. Und die Wildpflanzen auch noch mit viel Chlorophyll. Ihr seht, meine regionale Biokiste, Sprossen und Grünkraut und die Wildpflanzen machen einen Großteil meiner Lebensmittelversorgung aus. Dann haben wir ja noch einige Vorräte und ich bereite auch selbst gern aus diesen Vorräten verschiedene Köstlichkeiten zu. Ihr habt ja kurz noch einen kleinen Einblick in mein Vorratsregal. Ich bereite ja auch viel selbst zu. Das kann man jetzt hier vielleicht nicht so gut erkennen. Rechts in diesem Glas, das ist Karob-Schokolade mit gefriergetrockneten Früchten. Darüber auch eine selbstgemachte Schokolade mit Kakao, einfach eine Bitterschokolade. Hier daneben Energiebällchen mit Kakao. Wieder daneben Dankbarkeitskekse. Die Hauptzutaten sind Mandeln und Bananen. Daneben nochmal Energiebällchen aus Datteln und Kokos. Und dann nochmal Energiebällchen mit Cashewnüssen, Walnüssen, Lukuma-Pulver. Und hier nochmal was Herzhaftes, panierte Zwiebelringe. Die haben Rohkostqualität. Das Rezept dazu gibt es auch schon hier auf diesem Kanal. Ich verlinke es euch oben in den Infokarten. Das sind alles rohköstliche Zubereitungen. Aber ich bereite nicht nur Rohkost zu, sondern backe auch für meine Kinder. Hier seht ihr das glutenfreie Brot, welches ich regelmäßig für meine Jungs backe. Das ist auch schon regelmäßig in Food Diaries vorgekommen. Und hier in dieser Schüssel befinden sich noch selbstgemachte vegane Brownies mit Süßkartoffeln. Dazu gibt es auch schon ein Video hier auf diesem Kanal. Ich verlinke es oben in den Karten. Beziehungsweise verlinke ich auch den Rezeptartikel dazu unter diesem Video. Beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Auch hier zu diesem Brot gibt es ein Rezept. Das findet ihr auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Fairerweise müsste ich ja jetzt noch die vierte Säule benennen. Das ist unser lieber Mitbewohner, der Henry, weil der auch regelmäßig für uns Besorgungen macht. Wenn er zum Beispiel zum Wochenmarkt geht oder einen Bioladen oder einen Supermarkt, dann bringt er dann auch noch einiges für uns mit. Hier an dieser Stelle möchte ich noch meine E-Books empfehlen. Es gibt von mir ein E-Book zum Thema Sprossenzucht. Das E-Book heißt Sprossenzucht leicht gemacht. Da findet ihr alle wichtigen Informationen rund um die Sprossenzucht. Dann gibt es noch mein E-Book Gesund grün essen. Darin sind alle wichtigen Informationen über gesunde grüne Lebensmittel enthalten. Einschließlich ein großes Kapitel über die Wildpflanzen. Es gibt auch wieder viele Rezepte mit grünen Lebensmitteln. Im Sprossen-E-Book gibt es auch viele Rezepte mit Sprossen. Und dann habe ich noch mein E-Book für euch Dürren leicht gemacht mit fantastischen rohveganen Dürrezepten. Ihr habt ja im Video jetzt hier auch gesehen die Dankbarkeitskekse und die panierten Zwiebelringe. Und diese Rezepte findet ihr auch in diesem E-Book dürren leicht gemacht. Die E-Books könnt ihr einzeln erwerben oder in verschiedenen Paketen. Ich setze euch den Link zu diesen E-Books unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas inspirieren. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, eure Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich freue mich über Regenaustausch. Und bitte einfach sachlich bleiben mit euren Kommentaren. Ich bin für einen freien Meinungsaustausch, für einen offenen Diskurs, solange die Kommentare einfach sachlich bleiben. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald. lasst mir. lasst mir. lasst mir. s